Servus, ich bin die Veruschka vom Dakein Shop in Ottobrunn bei München und ich würde euch heute gerne unsere Umhängetasche Cancy vorstellen. Sie ist ideal für eine kleine Citytour oder eine lange Nacht mit den Mädels. Die Dakein Cancy Tasche beeindruckt durch ihren Look aus der Kombination von Strick und Leder. Die seitlich angebrachten Kordeln verleihen ihr zusätzlichen Style. Mit einem Magnetknopf und dem zusätzlichen Reißverschluss gelangt man einfach an das Hauptfach. Hier finden dein Handy und dein Schlüssel Platz. Eine integrierte Innentasche mit Reißverschluss eignet sich hervorragend für dein Handy. So Mädels, das war es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Viel Spaß mit der Tasche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020